Liebe Obersiedenbrunnerinnen und Obersiedenbrunner, als Bürgermeister unserer schönen Heimatgemeinde habe ich in den letzten Monaten zahlreiche Beschwerden bezüglich der hohen Einfahrtsgeschwindigkeit in unserer Ortschaft erhalten. Als Erstmaßnahme haben wir nun drei Geschwindigkeitsmessgeräte für die betroffenen Straßen angeschafft. Wir sind überzeugt, dass wir auf diesem Weg die Verkehrssicherheit erhöhen und die Sicherheit der Obersiedenbrunnerinnen und Obersiedenbrunner gewährleisten. Für ein liebenswertes und lebenswertes Obersiedenbrunn.